Mit den mobilen Apps von SORBA gehört das Schleppen von Papier und Ordner auf die Baustelle sowie es umeinandertelefonieren der Vergangenheit an. Das nimmt nämlich viel Zeit in Anspruch und hindert sie an effizientem Arbeiten. Darum verwendet Herr Müller die mobilen Apps von SORBA. Den Anfang von seinem Arbeitstag nützt er, um eine Übersicht zu bekommen. Mit Hilfe der praktischen Wochenübersicht hat er stets den Überblick, welche Baustellen das offen sind, welche Mitarbeiter und Maschinen zugeteilt sind und was erledigt werden soll. Mit der Ortungsfunktion und der zugehörigen GPS-App kann er überprüfen, ob auch alles sowie planend stattfindet. Er sieht von all seinen Maschinen und Fahrzeugen den aktuellen Standort, das Tempo und die bisherigen Positionspunkte. Es hat alles seine Richtigkeit. Herr Müller hat den Überblick und macht sich auf den Weg zu seinem ersten Termin. Früher wäre Herr Müller ohne seine Dokumente verloren gewesen. Mit den mobilen Apps von SORBA bereitet ihm das aber keine Sorgen mehr. Da sein ganzes Unternehmen mit SORBA digitalisiert ist, hat er alle Dokumente jederzeit in seiner Hosentasche dabei. Mit der MySORBA-App behaltet er jederzeit die Übersicht über alle Informationen und kann so nichts mehr vergessen. Nach seinem Kundentermin macht er sich auf den Weg zu der Baustelle. Arbeit kommt voran und der Polier erstellt den mobilen Rapport. Er erfasst Stunden und die ausgeführten Arbeiten digital. Die Übertragung der Daten ins Büro erfolgt in wenigen Sekunden. Auch das Material kann ab dem Werkhof direkt mit der mobilen App bestellt werden. So gehen die Daten nie mehr verloren. Nach einem langen Tag kehrt Herr Müller ins Büro zurück. Dank der mobilen Erfassung hat er alle Informationen, die seine Mitarbeiter aufgenommen haben, sofort im Büro verfügbar und kann eine Übersicht über seine Baustellen bekommen. Mit den mobilen Apps kann er auch jederzeit prüfen, wie die Kennzahlen von seiner Firma aussehen. Herr Müller behaltet somit immer eine transparente Übersicht über seine Firma. Mobiles Arbeiten auf der Baustelle ist schon heute Realität. Vereinfachen Sie jetzt Ihre Arbeit mit den mobilen Apps von SORBA.